Ja, und da sind wir schon wieder mit der 16. Sendung von ABG Info on Air, der Podcast-Sendung für Altbocken im Altenburger Land. Und draußen sieht es aus wie im Herbst. Also ich war heute schon mal kurz unterwegs und ja, es ist Jackenwetter, bald beginnt auch wieder Kuschelwetter, also gewöhnt euch dran. Das wird es wohl diesmal gewesen sein für den Sommer. Ja, ich habe mir sagen lassen, am letzten Wochenende war ja Flugplatz im Flamm, dass diese Veranstaltung sehr gut war. Ja, ich konnte leider nicht teilnehmen, ich war anderweitig unterwegs. Ja, und dieses Wochenende, genauer gesagt morgen am 13. findet das Paulitzer Straßenfest statt. Ja, hoffentlich wird das Wetter etwas besser. Ja, nicht desto trotz legen wir jetzt los mit aktuellen Informationen aus Altenburg und dem Altenburger Land. Der Polizeibericht ist auch wieder dabei, sowie, ähm, ja, Freizeittipps, ne? Alles klar? Bis gleich! Ja, und da bin ich wieder für euch nach unserem Intro von Trends & Dark. Wie gesagt, wir legen jetzt los mit den Informationen und Mitteilungen vom 8.8. bis zum 14.8. Ja, ich war gerade ein bisschen durcheinander, weil ich hier schon den 15. aufgeschlagen habe. Okay, dann legen wir mal los. Und zwar mit einer Mitteilung aus der Stadtverwaltung. Ja, die hat Verstärkung bekommen. Ein Trio beginnt die Ausbildung. Am 1. August traten drei Nachwuchsbeamte im Bereich Verwaltung die begehrte Ausbildung zum Verwaltungswirt bzw. zur Verwaltungswirtin an. Jessica Spott, Anne Unger und Justin Seidel konnten in Bewerbungs- und Auswahlverfahren überzeugen. Sie setzten sich gegen 35 Mitbewerber durch. Bürgermeisterin Christine Moos ernannte sie am 29. Juli zu Beamtenanwärtern im mittleren nicht-technischen Verwaltungsdienst. Die drei durchlaufen nun die zweijährige Ausbildung zum Verwaltungswirt an der Thüringer Verwaltungsschule in Weimar sowie in den Referaten der Stadtverwaltung. Konstantin Grubuck, der erfolgreich die Ausbildung zum Verwaltungswirt abgeschlossen hat, konnte am selben Tag seinen Arbeitsvertrag unterzeichnen und ist nun in der Tiefbauverwaltung eingesetzt. Die Bürgermeisterin wünschte den vier jungen Nachwuchskräften viel Erfolg und erklärte, dass sich die Stadtverwaltung Altenburg der demografischen Entwicklung innerhalb ihrer eigenen Reihen durch verstärkte Ausbildung stellen werde. So kann dem demografischen Wandel auch entgegengewirkt werden. Es hätte Deutschland schon lange haben können, wenn man eine ordentliche Familienpolitik fahren würde. Dann bräuchte man nicht irgendeinen Grund hinzudichten, wie jetzt die illegalen Einwanderer, die reinkommen, dass die gut für den demografischen Wandel sind. Okay, ohne jetzt politisch abzuschweifen, kommen wir zur nächsten Nachricht. Ja, und zwar in der Lindenau-Straße wird gebaut. Die Abschnitte des Gehwegs werden repariert. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sind zurzeit in der Lindenau-Straße mit der Reparatur von Gehwegen beschäftigt. Die Arbeiten konzentrieren sich aktuell auf den Abschnitt, der am Polhofpark vorbeiführt. Wenn die Stuppen entfernt und Pflanztaschen zurückgebaut wurden, beginnen den Abschnitten Pflasterarbeiten. Insgesamt sollen in den kommenden Wochen auf diese Weise in der Lindenau-Straße ca. 150 Meter Gehweg hergerichtet werden. Die Abschnitte, die von den Maßnahmen profitieren, liegen auf den beiden Straßenseiten. Die Reparaturarbeiten in der Lindenau-Straße werden voraussichtlich bis Anfang September andauern. Ja, und nun kommen wir mal zur Martin-Nutter-Schule. Dort wurde fleißig gewerkelt. Und zwar geht es hier um die Fassaden, Instanzsetzung und den Einbau von Brandschutztüren. Die langen Sommerferien wurden in der Altenburger Martin-Nutter-Schule für die Durchführung von Bauarbeiten genutzt. Zum einen hatte die Instanzsetzung der Westfassade begonnen, zum anderen laufen im Inneren des alt-R-wörtigen Schulgebäudes Arbeiten zur Verbesserung des Brandschutzes. Ja, lange Sommerferien. Also ich kann mich erinnern, wir hatten zu DDR-Zeiten viel längere und schönere Sommerferien. Und da wurde auch so ein Hickhack mit dem Brandschutz gemacht. Nachdem im Vorjahr die Süd- und Ostfassade instant gesetzt worden sind, wurde nun an der Westfassade, die Richtung Kunstturm zeigt, ein Gerüst hochgezogen. Die Arbeiten sind notwendig, da sich schon Teile des Putzes gelöst haben. Zu den Maßnahmen, die nun an der Außenwand in Angriff genommen werden, gehören unter anderem Mauerputz, Stuck- und Malerarbeiten. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass die originalgetreue Wiederherstellung der Fassade des zum Denkmalensemble Rotespitzen gehörenden Gebäudes in diesem Jahr abgeschlossen wird. Der Schulbetrieb wird nicht beeinträchtigt. Die Kosten für die aufwändigen Instanzsetzungsarbeiten summieren sich voraussichtlich auf rund 145.000 Euro. Ja, und wie eingangs erwähnt, wird auch im Inneren der Grundschule an der Torgasse gearbeitet. Ziel ist die weitere Verbesserung des Brandschutzes. Aus diesem Grund werden in den Fluren des Gebäudes vier rauchdichte Türen eingebaut. Ja, und für diese Maßnahme wurden rund 25.000 Euro veranschlagt. Im neuen Schuljahr werden übrigens knapp 200 junge Mädchen die Martin-Nutter-Schule besuchen. Und ja, wie soll's auch anders sein, habe ich jetzt für euch noch ein paar Verkehrsmeldungen. Ja, es geht um Straßenverkehr. Nicht, was ihr jetzt vielleicht denkt. Okay, und zwar ist die Pauretzer Straße am Sonnabend gesperrt. Wie vorhin schon berichtet, findet das Pauretzer Straßenfest statt. Am Samstag, den 13. August, findet das Allialische Straßenfest in der Pauretzer Straße statt. Aus diesem Grund muss die Pauretzer Straße an diesem Tag ab 10 Uhr für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt werden. Betroffen ist der Bereich zwischen Brühl- und Dostoevskystraße. Ja, und auch die Teichstraße ist mal wieder dran. Und zwar für drei Tage gibt's hier eine Sperrung. Ja, da wird's dann hier wieder schön ruhig bei mir. In der kommenden Woche muss die Teichstraße für drei Tage gesperrt werden. Grund ist die Anlieferung und Montage des Dachstuhls am Neubau. Die Sperrung erfolgt in der Zeit von Montag, dem 15. bis voraussichtlich zum Mittwoch, den 17. August. Eine Umleitung ist ausgeschildert und die Fußgänger werden an der Arbeitsstelle vorbeigeleitet. Die nächste Mitteilung kommt aus der Tümmelstraße. Da ändert sich dann in der nächsten Woche die Verkehrsführung. Im weiteren Verlauf der Bauarbeiten der Tümmelstraße wird ab Dienstag, 16. August, der Kreuzungsbereich zur Wielandstraße mit in die Arbeiten einbezogen. Dabei kommt es zur Teilsperrung des Kreuzungsbereiches. Es ergeben sich folgende Verkehrsänderungen. Der untere Teil der Wielandstraße zwischen der Tümmelstraße und der Kette Kollwitzstraße wird zur Sackgasse. Dabei wird die Einbahnstraße dort aufgehoben. Die Zufahrt für die Anwohner ist nur aus Richtung Kette Kollwitzstraße möglich. Die Tümmelstraße zwischen Wielandstraße und Heinrich-Heine-Straße bleibt Einbahnstraße. Allerdings wird hier die Fahrtrichtung gedreht. Das heißt, dass dieser Teil der Tümmelstraße nur aus Richtung Wielandstraße, oberer Teil, erreichbar ist. Die weitere Tümmelstraße zwischen Hempelstraße und Wielandstraße bleibt weiterhin für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Diese Teilmaßnahme dauert voraussichtlich bis zum 25. August 2016 an. Die Gesamtbaumaßnahme dauert voraussichtlich noch bis zum 7. Oktober 2016. Die Fußgänger werden an der Arbeitsstelle vorbeigeleitet. Ja, und das war's aus Altenburg. Kommen wir doch jetzt gleich mal zum Altenburger Land. Ja, und wie versprochen vorige Woche zur Sendung, gibt's heute den Arbeitsmarkt im Juli 2016 für das Altenburger Land. Die Arbeitslosigkeit ist von Juni auf Juli um 77 auf 4.142 Personen gestiegen. Das waren 659 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Juli 8,8%. Vor einem Jahr belief sie sich noch auf 10%. Dabei meldeten sich 808 Personen neu oder erneut arbeitslos. 23 mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 731 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 5.724 Arbeitslosmeldungen. Das ist ein Minus von 460 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber stehen 6.139 Abmeldungen von Arbeitslosen. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Juli um 27 Stellen auf 876 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 361 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Juli 231 neue Arbeitsstellen, 77 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 1.574 Arbeitsstellen ein. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 315. Und die Firma Jobcenter Altenburger Land hat folgende Meldungen rausgebracht. Im Jobcenter Altenburger Land gab es im Juli 5.420 BGs mit 8.848 Leistungsempfängern. Im Vormonat waren es 5.419 BGs. Im Vormonat waren es 5.419 BGs mit 8.809 Beziehungen von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld. Gestiegen ist auch die Zahl der registrierten Arbeitslosen. Aktuell sind beim Jobcenter Altenburger Land 3.082 Personen arbeitslos gemeldet. Im Vormonat waren es 3.032. Ja, mit BGs übrigens die Bedarfsgemeinschaft gemeint. Gut, kommen wir zu einem besseren Thema. Und zwar von den Johannitern hat uns folgende Mitteilung erreicht. Johanniter geben Tipps für die Eingewöhnung in die Kindertagesstätten. Ja, ich sage, wie gesagt, Ungern-Kindertagesstätte, äh, für mich ist und bleibt es ein Kindergarten bzw. die Kinderkrippe. Die Johanniter verabschieden in Thüringen 211 Kinder in ihrem neuen Lebensabschnitt als Schulkind. Ihren Platz in den rund 30 Kindereinrichtungen werden neue, meist kleine Kinder einnehmen. Das sind bewegende Zeiten geprägt von Eingewöhnung in der Einrichtung oder Wechsel vom Krippenbereich in die Kita-Gruppe. Tränen in der Eingewöhnungszeit sind keine Seltenheit in den ersten Tagen in einer neuen Einrichtung, beschreibt Sabine Panze, Fachbereichsleiterin für Kinder- und Jugendeinrichtung bei den Johannitern in Thüringen. Mehr Informationen zu dieser Pressemitteilung der Johanniter findet ihr in den Shownotizen unter www.abg-info.de Ihr habt den Link sicherlich schon vermisst. Hier ist er. Ja, und wir haben noch eine zweite Mitteilung der Johanniter und zwar geht es da um die Schulanfänger. Erlebnisreiche Tage versüßten den Abschied für die angehenden ABC-Schützen. Auch in diesem Jahr gab es manche Träne bei der Verabschiedung der angehenden Erstklässler aus den Johanniter-Kindertagesstätten im Altenburger Land. Am 15. August beginnt für 84 Mädchen und Jungen aus den insgesamt vier Kitas der Johanniter im Altenburger Land der Schulalltag. Um den Übergang vom Kindergarten zur Schule so erinnerungsreich wie möglich zu gestalten, plant die Erzieher viele schöne Erlebnisse für die angehenden ABC-Schützen. So gab es gemeinsame Übernachtungen, Kinobesuche, Verkehrserziehungsunterricht oder auch Ausflüge zum Beispiel ins Korenner Land. Den Höhepunkt bildet natürlich das Zuckertütenfest mit der Ernte der Früchte des Zuckertütenbaums. Auch wenn die Kinder nun einen neuen Lebensabschnitt beginnen, sind die Johanniter im Altenburger Land für die Mädchen und Jungen weiterhin Ansprechpartner. So stehen die Mitarbeiter im Johanniter Kinder- und Jugendhaus im Altenburger Nord oder im Johanniter Jugendclub Villa Kunterbund in Lugger bei Fragen oder zur Unterstützung bei den Hausaufgaben zur Seite. Weiterhin sind die kleinen natürlich gern gesehene Gäste in ihren ehemaligen Johanniter-Kindertagesstätten. Und die Johanniter wünschen allen ABC-Schützen einen guten Start sowie viel Spaß und Erfolg beim Lernen. Wir schließen uns natürlich von ABG-Info an und an die Autofahrer denkt dran, ja, ihr seht jetzt überall die Plakate, fahrt bitte langsam an den Schulen. So viel Zeit muss halt sein, ja. So und noch eine Meldung aus Schmölln für euch, da geht es um Sperrung einzelner Spielgeräte auf Spielplätzen. Aus Sicherheitsgründen sind auf folgenden Spielplätzen momentan einzelne Spielgeräte gesperrt. Spielplatz Losenring Birkenallee, auf dem Pfefferberg unterhalb vom Ernst-Agnes-Turm und in Bora. Die Stadtverwaltung Schmölln bittet um Verständnis. So und nun kommen wir nochmal zur Demografie. Und zwar das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft lobt den Thüringer Zukunftspreis aus. In diesem Jahr wurde er zum dritten Mal für herausragende Demografie Projekte verliehen. Wie vielfältig die Projekte und Initiativen sein können, die für den Preis in Frage kommen, zeigen die Wettbewerbssieger der Jahre 2012 und 2014. So wurde in Erfurt das Projekt Wohnen im Klassenzimmer ausgezeichnet. In einer ehemaligen Schule entstanden altersgerechte Wohnungen, teils sogar für pflegebedürftige Menschen. Die Projekte aus dem Vorjahr zeigen eindrucksvoll, wie kreativ der Umgang mit dem demografischen Wandel sein kann. Ich bin gespannt auf die neuen Ideen und Konzepte, die uns mit dem neuen Wettbewerb erwarten. Der demografische Wandel bedeutet für Thüringen auch eine Chance für unsere Städte und Dörfer, sagt Thürings Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft Birgit Keller. Dabei stehen laut Keller, die auch für den Bereich Demografie zuständig ist, neben kommerziellen und zukunftsweisenden Konzepten, auch Initiativen von Vereinen und Verbänden im Mittelpunkt, die sich ehrenamtlich engagieren. Ja, da wird sich auch sicherlich der Deutsche Zivilschutz e.V. ein paar Gedanken drüber machen und eventuell auch bewerben. Die Bewerbung für den Zukunftspreis sind bis zum 5. September 2016 möglich. Eine 14-köpfige Jury zeichnet drei Projekte aus. Die Auszeichnungen sind mit insgesamt 22.500 Euro dotiert. Der Link zur Bewerbung befindet sich in den Show-Notizen bzw. in der Pressemitteilung. Ja, da wir gerade bei Demografie und Jugend waren, junge Beschäftigte sind ein knappes Gut. Am heutigen 12. August ist der Internationale Tag der Jugend. Aus diesem Grund macht die Agentur für Arbeit Altenburg auf die Situation jüngerer Menschen auf dem Arbeitsmarkt aufmerksam. Es sind weniger Jugendliche auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt aktiv. Der demografische Wandel ist besonders bei den Jugendlichen zu spüren. Wie vorhin schon mal gesagt, das liegt an der familienzerstörerischen Politik dieses Landes. Und da brauchen wir uns nicht wundern, wenn es keine Kinder gibt. Ja, nur mal so als kleine Gedankensstütze. So sind auf dem Arbeitsmarkt deutlich weniger junge Menschen beschäftigt als vor 5 Jahren. Während die Beschäftigung in den letzten 5 Jahren um 6% zugenommen hat, sank die Zahl der jüngeren Erwerbstätigen um 40%. Aktuell sind im Agenturbezirk Altenburg Jahre 8040 Menschen unter 25 Jahren sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Auch die Zahl der Auszubildenden sank in dem Zeitraum um fast 35%. Ja, im Grunde genommen es gibt viel zu wenig Arbeitsplätze, aber zu viele Menschen. Also es wird niemals passieren, dass 100% aller Menschen eine ordentliche Arbeit finden. Und deswegen ist der demografische Wandel in dieser Hinsicht auch wieder ein kleines Trugbild. Okay, weiter geht's aber. Dasselbe Bild zeigt sich in der Arbeitslosenstatistik. So sind aktuell 1061 Jugendliche arbeitslos. Also 43% weniger als vor 5 Jahren. Neu gibt's die assistierende Ausbildung, bei der erfahrene Coaches, dem Ausbildungsbetrieb und dem Azubi zur Seite stehen. Zusätzlicher Förderunterricht ist ebenfalls möglich. Dafür bietet die Agentur für Arbeit in diesem Jahr mehr als 30 Plätze an. Und detaillierte Informationen zu den Fördermöglichkeiten erhalten die Unternehmen bei ihrem persönlichen Ansprechpartner im Arbeitgeberservice oder unter der kostenlosen Arbeitgeberratein 0800 4555520. Ja, das war eine Meldung von der Arbeitsagentur Altenburg-Gerra. Weiter geht's mit einer Meldung der Schülerunion Altenburger Land. Und die bemängelt die Zahl der Lehrer in Thüringen. In Thüringen fehlen nach Berechnung des Lehrerverbandes mehr als 2000 Lehrer. So konnte man es in einem Bericht der in Südthüringen lesen. Bei derartigen Berichten stellt man sich auch als Schüler die Frage, wie man bei diesen Verhältnissen gut in das neue Schuljahr starten soll. Denn durch den Lehrermangel kommt es natürlich zu einer Überbelastung der Lehrer. Wodurch viel Unterricht ausfällt oder von Lehrern übernommen werden muss, die eigentlich gar nicht für das zu unterrichtende Fach vorgesehen sind. Dies ist natürlich nicht nur ein Problem für die Lehrer, sondern auch für die Schüler. Denn unter solchen Umständen leidet die Qualität des Unterrichts und damit auch die Noten der Schüler. Tja, und da haben wir es wieder. Das ist dieses Bildungssystem dieser BRD. Zu der Zeit war halt vieles besser. Andere Länder haben dieses System übernommen und dort funktioniert es. Die knapp 500 neu eingestellten Pädagogen sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Deshalb hätte Frau Klaubert den Lehrermangel schon viel früher angehen müssen und muss jetzt erst recht handeln. Allerdings bezweifeln wir, also die Schülerunion Altenburger Land, dass Frau Klaubert handeln wird. Es wird auch nicht gehandelt. Das Geld wird lieber für andere Maßnahmen ausgegeben, anstatt für Lehrer, zum Beispiel für den Kampf gegen rechts. Ja, siehe die AAS-Stiftung. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Googelt einfach nach Kahane und dann wisst ihr, was ich meine. Nichtsdestotrotz wünschen wir allen Schülern und Lehrern aus dem Altenburger Land einen guten und erfolgreichen Start in das neue Schuljahr. Wir möchten zugleich die Autofahrer darauf aufmerksam machen, vor den Schulen wieder mit besonderer Vorsicht zu fahren. Ja, der Meinung sind wir auch. Fahrt vorsichtig vor Schulen, beziehungsweise auch vor Kindergärten. Haltet euch doch einfach nur an die Verkehrsregeln. Und jetzt haben wir nochmal eine kleine Info für euch. Und zwar geht es um unsere Kolumne vom Gebhard Berger. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass wir diese heißen Leserbriefe aus dem Kurier vom Gebhard Berger auch veröffentlicht haben. Und es wird gebeten, sich doch im Kurier dazu zu äußern mit einem Pro und Contra. Also wir rufen euch dazu jetzt auf. Schreibt an den Kurier, was haltet ihr von diesen Leserbriefen des Gebhard Bergers. Wir von ABG Info finden es gut, dass eine Meinungsfreiheit gegeben ist. Und diese Briefe sollen auch weiterhin veröffentlicht werden. Denn die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit ist ein hohes Gut, das zurzeit beschnitten werden soll von diesen Politikern in diesem Land. Und das können wir nicht hinnehmen. Und der Meinung schließen wir uns auch an. Und danke dem Kurier, beziehungsweise dem Geschäftsführer des Kuriers, Herrn Kretschmann, für diesen Brief im Kurier der vorigen Woche. Ja, wir von ABG Info stehen da voll dahinter. Jo, und nun ist es mal wieder Zeit für den Sport- und die Polizeinachrichten. Aber erst nach dem Intro. Kommen wir nun zu den Sport-Nachrichten. Ja, diese Woche leider nur eine Meldung. Nochmal einen Aufruf an alle Vereine. Schickt uns eure Pressemitteilungen und wir werden sie auf jeden Fall veröffentlichen. Ihr könnt somit auch eurem Verein, einem größeren Publikum bekannt machen. Die Ferien sind vorbei und bei dem SV Lerschenberg beginnt der Trainingsbeginn. Nachdem in den letzten sechs Wochen für Sportler sowie Trainerteam die Erholung im Vordergrund stand, starten die Leichtathleten des SV Lerschenberg-Altenburg e.V. ab nächster Woche wieder in das reguläre Training. So trainieren die Minis, Altersklasse 4 bis 6, jeden Mittwoch unter Anleitung von Beatrice Seifert und Annett Sarich. Etwas öfter trainieren müssen die Sportler zwischen 7 und 10 Jahren. Ihr Training findet jeden Montag und Mittwoch 16.30 bis 17.30 Uhr statt. Auch die große Gruppe, Altersklasse 11 bis 17, trainiert mit drei Trainingseinheiten pro Woche, Montag, Mittwoch, Freitag öfters. Der Trainingsort ist die Skatbank Arena in Altenburg. Das Trainerteam um Bernd Heintl hofft mit dieser Trainingsplangestaltung eine optimale Vorbereitung für die kommenden Wettkämpfe durchführen zu können. So geht es in der nächsten Zeit am 3.9. nach Meuselwitz, am 24.9. nach Schmölln und am 13.11. nach Gösnitz. Jugendwort Florian Voss stellt zudem klar, dass zu jedem Training auch Kinder und Jugendliche willkommen sind, die nur Spaß am Sport haben. So nutzten auch einige Kinder die Sommerferien, um ins Leichtathletiktraining zu schnuppern. Ausführliche Details zu Trainingszeiten gibt es auf der Webseite des Vereins. Und den Link dazu findet ihr in den Show-Notizen unter www.abg-info.de slash show16. Ja, nachdem ich mir jetzt gerade einen Kaffee gegönnt habe. Ja, wir haben es ja jetzt 16.44 und ich rede schon eine ganze Weile. Ja, und kommen wir nun zu den Polizeimeldungen dieser Woche. Und diese werden wie immer präsentiert von Fahren Fetzt, eurer Fahrschule im Altenburger Land. Natürlich war auch wieder viel los. Die Polizei hatte uns wieder viel zu vermelden. Unter anderem ein Fahrrad ohne Rahmennummer wurde gefunden. In der Mitternachtsstunde von Freitag auf Samstag wurde in der Marstallstraße ein unbeleuchteter Radfahrer kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass die Rahmennummer des weißen Mountainbikes der Marke Merida unkenntlich gemacht wurde. Da die Eigentumsverhältnisse des Rades unklar sind, wurde es sichergestellt. Der 28-jährige Radfahrer sowie seine 24-jährige Begleiterin gaben an, dass sie das Rad käuflich erworben haben. Die Ermittlungen dazu laufen. Und es spielt mal wieder Alkohol am Steuer eine Rolle. Am vergangenen Samstag gegen 6 Uhr gingen Beschwerden über laute Motorengeräusche in der Kastanienstraße bei der Polizei ein. Vor Ort konnte letztendlich ermittelt werden, dass ein 20-Jähriger seinen Pkw Ford sehr, sehr laut fuhr. Außerdem konnten 1,36 Promille in seiner Atemluft festgestellt werden. Und die nächste Meldung kommt aus Nötenitz. Ein aufmerksamer Bürger teilte der Polizei am Samstag gegen 15.30 Uhr mit, dass er soeben einen Mann festhält, der offensichtlich betrunken mit seinem Pkw unterwegs war. Als die Polizei auf dem Feldweg in Richtung Nötenitz eintraf, bestätigte sich der Sachverhalt. Ein 31-jähriger Opelfahrer befuhr diesen Weg mit 1,71 Promille in der Atemluft. Ja, also es wurden bei beiden Fällen dann Anzeige erstattet. Und dann kommt sicherlich auch noch was auf diese Personen zu. Am 08.08. erhielten wir folgende Mitteilung der Polizei. Am 06.08. haben unbekannte Täter in der Dostoevsky-Straße einen Kaugummiautomaten geleert. Offensichtlich mittels Ziegelstein und einem Feuerhaken zerbrachen sie das Plastischschutzglas und entwendeten die darin befindlichen Kaugummis. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Boah, wenn die wüssten, dass manchmal Kaugummis ungesund sind. Aber egal. Ja, und im Meuselwitz wurde eine Geldbörse entwendet. Am 08.08. in der Zeit von 11 bis 11.20 Uhr wurde aus einem Auto in der Friedrich-Ebert-Straße eine Geldbörse entwendet. Eine 23-Jährige parkte ihr Fahrzeug auf einem Privatgrundstück ab und ließ ihre Geldbörse auf dem Beifahrersitz des unverschlossenen Fahrzeugs zurück. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Geldbörse verschwunden war. In der Geldbörse befanden sich sämtliche Ausweise und die Checkkarte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Ja, sowas macht man dann nur einmal im Leben. Auto nicht zumachen und die Geldbörse liegen lassen. Weiter geht's vom 09.08. Da wurde in Schmölln ein Laptop entwendet. Im Zeitraum vom 05.08. bis 08.08. haben unbekannte Täter in der Sommerritzer Straße bei einem Pkw Opel die kleine Scheibe eingeschlagen und anschließend die Scheibe heruntergekurbelt. Aus dem Fahrzeug wurden ein Laptop der Marke Dell sowie ein Navigationsgerät von Becker entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, soll sich bei der PI Altenburger Land unter 034474710 melden. Ja, und in Nopitz wurde auch eine Geldbörse entwendet. Im Zeitraum von 07. bis 08.08. wurde aus einem Auto in der Wildschwitzer Straße eine Geldbörse entwendet. Bei einem abgeparkten Pkw Ford wurde durch unbekannte Täter die Seitenscheibe eingeschlagen und die im Fach der Fahrertür befindliche Geldbörse entwendet. In der Geldbörse befanden sich Ausweise und die Scheckkarte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Ja, Leute, jetzt nochmal der Hinweis auch von uns. Lasst keine Wertsachen liegen. Zumal auch dann so, dass man es sehen kann. So, und in Schmölln wurde mal wieder Buntmetall gestohlen. Ja, das hatten wir in letzter Zeit auch häufig. Im Zeitraum vom 05. bis 08.08. wurde von der Baustelle eines Windparks an der Straße von Schmölln nach Grimmetschau Buntmetall entwendet. Unbekannte Täter entwendeten von einer Kabelrolle ca. 800 Meter Telefonkabel. Des Weiteren wurden noch 200 Meter Storkstromkabel entwendet. Die Tür zu einer Trafostation wurde ebenfalls aufgebrochen, sodass zudem noch Sachschaden entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, soll sich bitte bei der PI Altenburger Land unter 034474710 melden. Ja, da will wohl einer seine eigene Telefonleitung legen, wa? Naja. Die Polizei nachrichten von 08.08. habe ich jetzt für euch und ja, da gab es unter anderem mal wieder Alkohol im Verkehr und einen Fahrraddiebstahl. Im Zeitraum vom 30. auf dem 31.07. haben unbekannte Täter in Fockendorf am Wustenberg vom nicht umfriedeten Grundstück ein unter dem Carboard abgestelltes Fahrrad entwendet. Das Fahrrad der Marke Coup, Typ Access WLS Race, besitzt die Farbe schwarz-lila. Zudem wurde noch ein Skateboard entwendet. Wer Hinweise zu der Tate unter den Tätern sowie dem Verbleib der entwendeten Gegenstände geben kann, soll sich bitte ebenfalls bei der Polizei unter 034474710 melden. Ja, und in Meuselwitz wurde eine Alkoholfahrt angezeigt. Am 9.08. gegen 16.30 Uhr wurde in der Zeit zur Straße ein 41-jähriger Fahrer eines Pkw Pücho einer Kontrolle unterzogen und dabei Atemalkohol bemerkt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Ja, und in Schmölln ging es um Einfluss von Betäubungsmitteln im Straßenverkehr. Am 9.08. gegen 19.20 Uhr wurde in der Neuen Schlossstraße ein 35-jähriger Fahrer eines Pkw Ford einer Kontrolle unterzogen. Während der Kontrolle fielen dem Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Am 11.08. erreichte uns auch mal wieder eine Alkoholfahrt, ein Diebstahl und ein Verkehrsunfall. Also wie gesagt, im Altenburger Land ist viel los. In Altenburg wurden Getränke entwendet. Am 10.08. im Zeitraum von 11.30 Uhr bis 17.30 Uhr haben unbekannte Täter von einem Schuppen in der Brauereistraße die Fensterscheibe eingeschlagen. Anschließend wurden aus dem Schuppen vier Kisten Bier und acht Sixpack Wasser entwendet. Der Schuppen steht auf dem Grundstück neben einem Haus, welches gerade saniert wird. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, soll sich bitte bei der PI Altenburger Land unter Telefonnummer 03447 4710 melden. Ja und aus Schmölln wird eine Alkoholfahrt gemeldet. Am 10.08. gegen 18.50 Uhr wurde am Pfefferberg ein 59-jähriger Fahrer eines PKW Seat einer Kontrolle unterzogen und dabei Atemalkohol bemerkt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Zu einem Verkehrsunfall kam es am 10.08. gegen 10.05 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße. Eine 23-jährige Fahrerin eines PKW Ford befuhr die Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Altenburger Straße. Eine 61-jährige Fahrerin eines PKW Opel befuhr die Heinrich-Heine-Straße in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße und wollte an der Kreuzung nach rechts abbiegen. Dabei übersah sie jedoch die vorfahrtsberechtigte Fahrerin des PKW Ford und es kam zum Zusammenstoß. Es wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ja, und wie soll es auch anders sein, haben wir auch heute wieder ganz frisch auf unseren Tisch Polizeimeldungen erhalten. Und zwar wurde da in Altenburg eine Heckscheibe eingeschlagen. Am 10.08. gegen 9.40 Uhr wurde in der Kette-Kolwitz-Straße durch einen 49-jährigen Altenburger die Heckscheibe eines PKW Ford eingeschlagen. Es entstand Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Eingangstür der Buchhandlung in der Batterie wurde beschädigt. Im Zeitraum vom 10.08. auf den 11.08. wurde durch unbekannte Täter in der Kronengasse versucht, die Eingangstür der dortigen Buchhandlung einzuschlagen. Mittels Ziegelstein wurde die zweiflügelige Tür beschädigt. Die Scheiben sind gerissen. In die Räume ist jedoch zum Glück niemand gelangt. Ja, wer hier Hinweise geben kann, soll sich auch bitte an die Polizei melden unter 034474710. Ja, und die letzte Meldung für heute ist eine Alkoholfahrt in Meuselwitz. Am 11.08. gegen 19.40 wurde in der Altenburger Straße ein 43-jähriger Fahrradfahrer einer Kontrolle unterzogen und dabei Atemalkohol bemerkt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Wert von 2,43 Promille. Das ist krass, wa? Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das soll es soweit erstmal gewesen sein. Weitere Polizeimeldungen könnt ihr unter www.abg-info.de in der Rubrik Aktuelle Polizeinews nachlesen. Und zu guter Letzt kommen wir jetzt noch zu den Veranstaltungstipps am Wochenende. Ja, und da habe ich, wie gesagt, am heutigen Abend für euch die Veranstaltung im Sachs. Und zwar ist heute die Sachskirschkultnacht. Ja, los geht's ab 22 Uhr in der Diskothek Sachs in Schmölln. Und es gibt eine Aktion. Ladies haben bis 23 Uhr freien Eintritt. Heute ist gut Kirschen essen. Die Specials sind saurer Kirsch, Kirschkola, Kirschsekt und Kirschbombe. Im Mainflow spielt für euch DJ Jan von Flied. Ja, und wie bereits erwähnt, findet dann am 13. das Pauritzer Straßenfest statt. Ja, lasst euch überraschen. Dort wird sicherlich wie jedes Jahr viel los sein. So, nun muss ich mal auf meinen Spickzettel hier schauen. Ja, und ebenfalls morgen am 13. August findet ein Kinder- und Gartenfest statt. Unter dem Motto 132 Jahre Vereinsgeschichte auf dem Kohlrabihuckel feiert der Kleingartenverein Bergfrieden e.V. Gessnitz sein diesjähriges Kinder- und Gartenfest. Los geht's ab 12 Uhr mit Mutzbraten und anderen Leckereien. Ab 14 Uhr ist dann Kinderbelustigung mit Glücksrad, Ballwerfen, Hüpfburg, Kinderkarussell und vielen anderen Sachen. Und ab 15 Uhr ist dann musikalischer Kaffeeklatsch mit den Lungwitz-Taler Blasmusikfreunden. Ja, und es gibt auch eine Sommerverlosung. Ja, das musste ich jetzt gerade mal von meinem Spicker hier ablesen. Morgen findet dann in Schmölln 14 Uhr in der St. Nikolaikirche ein Konzert des Landesjugendorchesters Thüringen statt. 15 Uhr geht's los, Einlass ist 14 Uhr. Am 13. ebenfalls morgen um 20 Uhr findet im Residenzschloss Altenburg das OVZ-Pressefest im Schloss statt. Da treten die Firebirds auf. Ja, ist sicherlich auch eine sehr gute Band, wie ich das mal erfahren habe. Am 14.8., also am Sonntag, gibt's dann ebenfalls nochmal das Pressefest sowie das Familienkonzert ab 15 Uhr mit dem 1. Ostthüringer Blasorchester Nobiz e.V. Ja, und das soll es erst mal gewesen sein für heute. Ich danke fürs Zuhören. Draußen ist es immer noch windig, kalt und regnerig. Ja, ich glaube, wir können auch bald die Heizungen wieder andrehen. Ja, und ich wünsche euch trotzdem ein wunderschönes Wochenende. Macht was draus. Bis nächste Woche. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören nochmals. Und noch eine kleine Info. Ja, ihr bekommt mich leider nicht immer so schnell los, wie ihr denkt. Ihr könnt für abginfo.de auch Spenden hinterlassen. Geht dazu einfach auf die Seite und da ist dann auf der rechten Seite irgendwo ein Spenden-Button. Ja, wir würden uns hier freuen, wenn ihr unsere Arbeit etwas wertschätzt und wir sind über jede Spende dankbar. Ja, und das war es dann jetzt auch schon für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Für euch jetzt nochmal der Link zu den Shownotizen www.abg-info.de slash show16 Alles klar, bis nächste Woche. Euer Uni It's the Summer Pipeline Bis zum nächsten Mal.